Ostpreußen, August 1934. Hier beginnt die Geschichte von Hermann Stepputat. Von Karl, seinem Vater, Schneider und Bürgermeister, von Martha, seiner Mutter und den anderen Jokienern. Drei Jahre später. Im Wittkunschen Krug vergnügt sich das ganze Dorf auf einem sogenannten Gemeinschaftsabend. Hübsch bist du, Martin. Habe ich gar nicht verdient, dir alter Hesel. Oh Gott, ich liebe dich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Sommer 1939, eine Kinderfreundschaft entsteht. Wie heißt du eigentlich? Hermann, Hermann Stepputat. Und du? Peter Aschmuneit. Wo kommst du eigentlich her, Peter? Aus Frieden. Meine Mutter hat hier Arbeit gekriegt, auf dem Hut. Und dein Vater? Der Soldat. Mein Vater ist Bürgermeister. Und Schneider. Juni 1940. In Blitzkriegen erringt die deutsche Wehrmacht Sieg auf Sieg. Heinrich, ich werde verrückt. Nur noch 100 Kilometer bis zum Eifelturmhund. Das sind knapp vier Wochen. Das ist unglaublich. Das flutscht ja unter Adolf ganz anders als unter Kaiser Wilhelm. Kartoffelernte in Jokänen. Okay, Frank. Der Zweite Weltkrieg hat sich immer mehr ausgeweitet. Na, Jungchen, warum rennst du so? Sondermeldung. Papa schickt mich. Wir stehen ganz dicht vor Moskau. Ganz viele Gefangene. Ganz großer Sieg. Tag pitch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Was hast du denn für unsere Lanza mitgebracht? Bitte? Ich habe nur diesen Schal. Das ist doch so schön. Ja? Tja, das kommt davon, wenn man eine Armee in Badehosen nach Russland marschieren lässt. Hier, den könnt ihr haben. Der hält eine ganze Kompanie warm. Danke, Herr Major. Haben Sie auch Zahnpastatuben, Herr Major? Wie bitte? Ich meine Lehrer, Herr Major. Die sammeln wir nämlich auch. Altmetall. Daraus werden neue Kanonen gemacht. Aus alt, mach neu. Jeden Mittwoch ist Sammel, dachte ich. Da kriegen wir auch keine Schularbeiten auf. Habt aber Glück gehabt, ja? So, nun seht zu, dass ihr nach Hause kommt. Es wird langsam dunkel. Und wie ist das mit den Tuben, Herr Major? Ich werde an euch denken beim Zähneputzen. Hebe euch dann welche auf. Zeitung auch nicht wegwerfen. Altpapier sammeln wir auch. Jetzt aber raus. Was singen die Russen denn da? Finstere Nacht. Nur die Kugeln sausen in der Steppe an mir vorbei. Nur der Wind dröhnt in den Leitungen. Die Sterne flimmern matt. Das hört sich aber traurig an. Na klar. Die sind doch auch traurig. Sind doch Gefangene. Wenn du gefangen bist, singst du auch traurige Lieder. Ich lass mich nicht gefangen nehmen. Ich sterb lieber. Du hast ja wohl noch ein bisschen Zeit, ne? Was habt ihr denn Schönes gesammelt? Einen richtigen Kälz haben wir gekriegt vom Major. Sowas hat aus der Klasse bestimmt keiner organisiert. Wiedersehen. Wiedersehen, Jungs. Gut, dass wir uns zum Major reingetraut haben. Weißt du, was schön wäre? Ne, was? Wenn der Pels nach Leningrad geschickt würde. Da ist nämlich jetzt mein Papa. Vielleicht kriegt ihr einen. Der Reichszender Königsberg unterbricht sein Programm. Wir erwarten in Kürze eine Meldung aus dem Führerhauptquartier. Fritz, nimm doch nur ein Stück Käsetorte. Ist mit reiner Butter gebacken. Du musst doch wieder zu Kräften kommen. Ja, so schlimm war es eigentlich nicht, Martha. Es war ein richtiger Heimatschuss. Gegen die Hauswand geprallt und dann als Querschläger durch meinen Arm. Ich nehm gerne noch ein Stück. Also komm, helf ihm doch mal. Komm. Moment, die Körme draufschieben sind. So, also. Aber Fritz, das verwunderten Abzeichen gibst doch auch in Gold. Ja, sicher. Aber da muss ich mir mindestens sechsmal einen Arm durchschießen lassen. Zeig mal, wie deine Verwundung aussieht. Aber hör mal. Na, komm mal her, mein Junge. Deutschland hat Amerika den Krieg erklärt. Der Hitler ist verrückt geworden. Franz, nicht vor dem Jungen. Amerika. Wie will der Führer das schaffen? Das ist doch so ein Riesenreich wie Russland. Vielleicht hätte ihm jemand rechtzeitig zwei Eisenbahnfahrkarten schenken sollen. Eine von Minsk nach. Vladivostok und eine von New York. Nach San Francisco. Aber eines müssen wir trotzdem feststellen. Da beißt die Maus kein Faden ab. Bisher ist alles, was der Führer angefangen hat, gut gegangen. Lies doch mal vor, was Papa schreibt. Was machst du denn für ein Gesicht? Der Brief ist nicht von Papa, bitte. Papa schreibt nicht mehr. Ist Papa tot? Ja, er ist tot. Gefallen. 29. Dezember 1941. Sehr geehrte Frau Aschmunder. Ich habe die traurige Aufgabe, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Mann am gestrigen Tag in treuer und tapferer Pflicht Erfüllung für Führervolk und Vaterland den Heldentod gefunden hat. Wir werden Otto Aschmunder als vorbildlichen Kameraden im Gedächtnis behalten und sprechen Ihnen unser tief empfundenes Beileid auf. Mit deutschem Gruß, Hegelein, Hauptmann und Kompaniechef. Otto, mein Junge, wer wer hätte das gedacht, dass du noch früher hier im Himmel sein wirst, als ich. Erfroren wirst du sein bei der Kälte in Russland, ganz rümschern, in Eis und Schnee. Mama, weinig dich, bitte. Mama, weinig dich, bitte. Mama, weinig dich, bitte. Mama, weinig dich, bitte. Peter, mein Jungchen, was willst du denn noch so spät? Ich wollte nur wissen, ob die warmen Sachen, die wir gesammelt haben, auch wirklich zu den Soldaten nach Russland gekommen sind. Ja, natürlich. Hast du das große Lastauto nicht gesehen? Seh mal, mit dem hat Ortsgruppenleiter Krause die Sachen nach Drenkfurt gebracht. Und von da sind sie mit dem Güterzug an die Front gegangen. Dann ist mein Papa auch nicht da vorn. Warum fragst du denn? Na, da ist der Heldenklau mit einem besonders großen Rechen über die Dafa gegangen. Einziger Verein von Schonkostempfängern, von Innendienstkranken. Bauch rein, Brust raus. Mann, Sie, wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal Ihre Blattfüße gewaschen? Sind ja Schweizer als Briketts. Und stehen Sie nicht da wie ein vollgeschissener Strumpf. Nehmen Sie Ihre Kackstelzen zusammen. Das geht nicht. Aber O-Beine, Herr Stabsarzt. Teilzappel. Mit denen können Sie trotzdem bis zum Kaukossus marschieren. Ah, was haben wir denn da? Verdamm, 20. August 1917, über 304. Französische Schrapnel. Auch gedient? Jawohl, Herr Stabsarzt. 1418, Sanitäter, Tarnopol, Cambré. Na, nur halten Sie mal gerade, Mann. Ich kann nicht, Herr Stabsarzt. Ich schiessen. Da kann man ja wirklich um den Endsieg zittern. Nehmen Sie die Hände vom Sack, Mann. Wir sind ja nicht im Mädchenpensionat. So. Alle Mann, rumpfgebeugt. Vorwärts. Arschbacken auseinander. Der Mensch kann doch ein widerliches Tier sein. Jedes Pferd hat mehr Gefühl. Jedes Schwein benimmt sich manierlicher. Aber so wie dir, da ist der Mensch zum Kotzen. Jetzt im Frühjahr, damit die Hände wieder trocken in Russland. Da können die Panzer wieder rollen. Rollen, rollen, rollen. Die Steppe bis zur Wüste Gobi. Wir armbesoffenen Schweine, alle nicht Kriegsdienstverwendungswesen. Das ist eine einzige Schande für Jokäen. Aber was würden wir machen, wenn wir unseren Blonski nicht hätten? Blonski wird für uns mitkämpfen an der Front. Ja. Ja. Das ist der Linie. Ja. Blonski wird dem Ivan Bein machen. Ja. Rennen soll er. Rennen. Rennen soll er. Ja. Rennen. Ja. Rennen. Rennen. Mensch, Blonski. Hör bloß auf mit dieser dämlichen Knallerei. Damit hast du schon den Wagen zu Bruch gefahren. Wir erobern Russland und der redet von dieser Kreiskarre. Bevor du Russland eroberst, müssen wir erst mal nach Hause. Und halten die Pist am Bord. Komm, Franz, immer ran, immer ran, immer ran. Hier wirst du genauso beschissen wie niemand. Jawohl, Kreisbauer und Führer. KV, ohne Einschränkung. Kavallerie. Gleich nach der Frühjahrsbestellung. Damit kein falscher Eindruck entsteht, Kreisbauer und Führer, ich betone es noch einmal. Es geht mir nicht darum, mich vor der Front zu drücken. Aber ich bin eben wie Sie der Ansicht, dass es genauso wichtig ist, Brot für Tausende zu schaffen, als hinter einem Maschinengewehr zu liegen. Der Nährstand ist eben auch ein Wehrstand. Ja, Kreisbauer und Führer. Danke, Kreisbauer und Führer. Heil Hitler, Kreisbauer und Führer. Morgen, Herr Blonski. Morgen, Jäger. Was liegt heute an? Fangen wir an mit der Aufforstung. Den Kahlschlag in der Pange. Auch ein? Was denn, so früh am Morgen? Muss eine Enttäuschung runterspülen. Ist nichts mit der Kavallerie. Der Kreisbauer und Führer hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Muss in die Ukraine. Riesenbetrieb übernehmen. Als Verwalter. Dreimal so groß wie Jokäen. Jede Menge Arbeitskräfte. Ach so. Es tut mir aufrichtig leid für Sie, dass Sie nun nicht an die Front dürfen. Prost, Herr Inspektor. Ja, ja. Scheiße. Zwei Winkel und ein Stern. Stabsgefreit, dann nicht? Ein ganz seltener Dienstgrad. Oh ja, das schaffen nur wenige. Die ganz Blöden. Oder die ganz Schlauen. Na ja, muss man drei Jahre aus dem Fenster gucken können. Und an nichts denken. Mit den Gutspferden sind sie jetzt durch. Jetzt werden die Bauernpferde gegangen sein. Oh, Herr Franz. Ich will nicht, dass der Osterhase eingezogen wird. Können wir ihn nicht irgendwo verstecken oder einfach nicht mit ihm dahin gehen? Dann kommen Sie her und holen ihn ab. Der Osterhase steht auf der Liste. Wie die Menschen. Darf auch nicht wegrennen. Muss tun, was man ihm sagt. Die Pferde, die zur Wehrmacht kommen, Jungchen, müssen so sein wie die Soldaten. Dürfen nicht auskeilen. Und nicht beißen. Und gar keinen eigenen Willen haben. So, bring das Pferd her rüber. Das Pferd ist genommen. Steh, Flieger. Bleib stehen. Was wollen die eigentlich mit den ganzen Pferden hier? Die brauchen sich für Meldereiter. Quatsch. Das machen jetzt alles Kradfahrer. Dann ziehen Sie vielleicht Kanonen. Gulaschkanonen. Nächste. Schön langsam, Ostasi. Jetzt kommst drauf an. Was ist denn los mit dem Gaul? Nach dem doch mal ein bisschen Beine. Er geht immer so langsam. Schnell geht er nur, wenn er will. Er macht sowieso nie, was andere wollen. Immer nur was er selbst will. Ist ganz schluss. Wie alt ist er? Uralt ist der Osterhase. Sag mal, willst du mich verarschen? Osterhase? Warum nicht gleich Weihnachtsmann? Der heißt wirklich so, weil er Ostern geboren ist. Vorsicht, nicht anfassen. Der beißt. Der lässt sich nur von mir anfassen. Das wollen wir doch mal sehen. Uralt ist der, sagst du? Der ist höchstens sieben Jahre alt. Im besten Pferdealter. Für mich ist er uralt. Aber der ist auch noch ein Krippensetzer. Er hat überhaupt schlechte Manieren im Stall. Und manchmal hat er den Dummkoller. Und Kehlkopfpfeifen. Mondblindheit auch. Und Dämpfigkeit und Rotz. Ist ja eine richtige hippiatritische Fundgrube, dein Gaul. Hippiatrie, das ist griechisch, mein Kleiner. Die Lehre von den Krankheiten der Pferde. Nicht von hinten ran. Der kalt aus. Man darf nur von vorne an ihn rangehen. Und nur ich. Kein Fremder. Na, was sagst du nun? Ist ein richtiges Wunder. Wahrscheinlich mag er sie. Willst du den Gaul um jeden Preis behalten, was? Nein, wenn unsere Soldaten Pferde brauchen, dann muss der Osterhase zum Militär. Hau ab, Kleiner. Mit deinem Osterhasen. Knochen-Kunst! 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 Den holt auch in der Ukraine, der Dijkert. Ich weine dem Kerl keine Träne nach. Aber wir müssen jetzt zum ersten Mal ohne Inspektor auskommen. Ach, äh, Luise, was meinst du? Sehen wir Raps am Lenzkeimer Weg? Ja, nicht schlecht. Raps bringt einen anständigen Preis, Öl ist Mangelware. Ist was, Felix? Ach, nichts. Nur diese dummen Stiche. Und, äh, ein kleiner Schwindel. Das ist nichts Ernstes. Hier, Post von Joachim. Oh. Was schreibt er denn? Wir siegen nicht mehr. Hat bloß noch keiner gemerkt. Zuerst mein Koffer. Herr Langsam, langsam, meine Damen. Stimmte mal weg. Findet sich alles wieder. Hauptsache, Sie sind angekommen. Das ist mein Koffer. Ja, am Arsch der Welt. Oh, sagen Sie das nicht. Da haben Sie ja ein Floss in Jokin. Vor allen Dingen sind Sie hier bei uns sicher, meine Damen. In Ostpreußen ist noch keine einzige Bombe gefallen. Na, hast du dich schon ein bisschen umgesehen? Ja, ja, alles ganz anders hier. Ja. Was kann man wohl sagen? Guckt euch das an. Die raucht sogar auf der Straße. Wie schminkt ist die auch? Aber ein schickes Kleid hat sie an. Kommen Sie mit nach vorne. So, führst du mich mal durch? So, meine Damen. Nun werden wir Sie mal verteilen, Jokin. Wer ist denn Frau Limpfke, Frau Klausen? Sie werden im Jokiner Krug untergebracht. Ich finde das schön, ihr Baba. Guck mal, da vorn kommt eine Kuh. Ach ja, eine Kuh. Sehr, sehr schön. Wer ist denn Frau Petersen? Ich. Wir. Ah ja. Sie werden bei mir untergebracht. Gut. Ich bin hier immer noch die Wirtin. Und ich habe dir schon gestern gesagt, Karl, du kannst nicht einfach meine beiden Fremdenzimmer belegen. Was mache ich denn, wenn Gäste kommen? Schicke ich die weg? Wittkunsche, wir müssen jetzt alle, alle ein bisschen zusammenrücken. Sieh mal, wir haben unseren Dachboden freigemacht. Hedwig und Franz haben... Ich bin ein Gasthaus. Für nächste Woche hat sich ein Studienrat aus Königsberg mit Gattin angemeldet. Der will hier in die Sommerfrische. Soll ich dem vielleicht absagen? Ich muss auch leben. Die Zeiten sind schwer genug für Krugwirte. Bei mir geht's nicht. Wittkunsche. Muss ich erst amtlich werden. Na komm. Räug die Schlüssel raus. Das ist ja gut. Brauchst du nicht, was? Klar traue ich mich. Gib mir mal den Wurm. Das ist ja gut. Musik Beug dich nicht so weit vor, sonst sehen die Fische dich. Du spinnst ja. Einer stürmt, die kann man auch gut hören, es kann still sein. Bei meinem Wurm knabbert einer, guck mal wie die Pose zuckt. Großer? Weiß ich nicht. Scheiße, jetzt ist er weg. Wer schießt denn da? Da, August. Er hat schon wieder Urlaub. Da war mal Mecker auf dem Busch. August! Hey Jungs! Hast schon wieder einen neuen Orden? Die Gefrierfleischmedaille. Habt ihr was gefangen? Nee, so vertreibt es ja die Fische. Na dann, viel Glück Jungs! Man kann da schießen, wa? Der ist bei der Waffenbesse. Mein Vater war Flieger. Stuka? Nachtjäger. Mein Vater war bei den Panzern. Er ist gefallen. In Russland. Mein Vater ist über Berlin abgeschossen worden. Von der Lenkkäste. Bei der Beerdigung sind drei Flieger was gerade geflogen. Ganz tief. Das war vielleicht ein Krach. Über den Sarg geschossen haben sie auch. Da war sogar ein General dabei. Der hat mir die Hand gegeben. Und ich hab nicht geheult. Mein Vater ist an einem See beerdig. Gleich am Wasser, da steht ein Birkenkreuz. Mit einem Stahl hinten drauf. Das ist mein Papa. Wo weißt du denn das? Ich weiß das eben. Kein Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kampf um Stalingrad heraus, es wird dies einmal der größte Heroenkampf gewesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Was dort jetzt unsere Grenadiere, Pioniere, Affenristen, Lackattleristen und wer sonst... Warum stopft den fetten Kerl keiner das Maul? Vom General mit dem letzten Mann! Pioniere, Pioniere! Pioniere, Pioniere! here sitten Ers von Stalingrad Die Tvorei sagt, dass wir unter Сталинград gewonnen haben. Paulus kapituliert! Der Herr Dr. Jäger! Herr Oberleutnant! Ich wollte noch in den Zwinger auf meinem Reck sehen. Was ist denn da los? Ah, die Feiern. Haben Sie es ihnen gesagt? Ja. Eine ganze Armee sinnlos geopfert. Wird wohl nicht bei einer Armee bleiben, Herr Oberleutnant. Wissen Sie, Dr. Jäger, dass ich Ihnen sehr dankbar bin? Wofür, Herr Oberleutnant? Dafür, dass Sie die Russen hier wie Menschen behandeln. Sie meinen, dass die keinen Grund haben, sich an uns zu rächen? Da werde ich mir nicht so sicher sein, Herr Oberleutnant. Ich muss morgen zurück an die Front. Meine Frau bleibt erst mal hier bei meiner Mutter. Tun Sie mir einen Gefallen und passt Sie ein bisschen auf die Beine auf? Nein, 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 nein! Ja, nein, 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 nein. Heil Hitler, Kinder! Heil Hitler, Josef! Setzen! Das ist Fräulein Wenck aus Danzig. Ihr wisst, Kinder, ich ziehe morgen den Feldgrauen Rock an und Fräulein Wenck wird mich vertreten, bis ich wieder da bin. Sie ist ja noch ganz jung. Jawohl, Peter, Fräulein Wenck ist noch ganz jung. Sie kommt direkt aus dem Meidenlager Bartenstein zu uns. Ich erwarte von euch, Kinder, dass ihr euch anständig benehmt und fleißig lernt. Macht es Fräulein Wenck nicht schwer. Alle müssen jetzt mithelfen, den Krieg zu gewinnen, jeder an seinem Platz. Und wer von euch Lorbassen und Marielchen nicht spurt, den nehme ich mir persönlich bei meinem ersten Fronturlaub vor. Für alle Fälle, Fräulein Wenck da im Schrank liegt der bewährte Rohrstock. Ich hoffe, Kinder, dass wir gut miteinander zurechtkommen werden. Hier ist das Klassenbuch, Fräulein Wenck. Sie haben die Ehre, die erste Lehrerin in Jokänen zu sein. Bisher waren es immer Schulmeister, die ihr die Hintern versohlt haben. Die sieht aus wie Lese Werner. Lese Werner, kennst du mich? Sie ist eine berühmte Filmschauspielerin. Ausgebombt? Total? Das ganze Haus weg? Alle im Keller wachs? Verschüttet? Oh Gott. Tu mir einen Gefallen, Mutter. Fahr weg aus Hamburg, so schnell wie möglich. Na, irgendwo hin aufs Land, nach Schleswig-Holstein. Bitte, Mutter. Ja, mir geht's gut. Bärbel auch. Wiedersehen, Mutter. Wiedersehen. Pass auf dich auf. Es ist der Mensch, es frisst das Pferd, doch manchmal ist es umgekehrt. Na, hau rein. Danke, Hundenführer. Wer übernimmt die erste Nachtwache? Zwei Mann, Freiwillige vor. Gut, Fritz und Kurt. Wer übernimmt die zweite Wache? In Ordnung, Hermann und Peter. Die dritte übernehme ich selbst. Wecken ist um fünf. Frühstück bis fünf Uhr dreißig. Dann Abmarsch zum Geländespülen in die Fürstenauer Berge. Wie viele sind wir denn morgen? Drei Fehnern aus Rastenburg, Drängfurt und Husental. Von mir aus kann der Führer jeden Tag Geburtstag haben. Doch die Bänke allein in der Schule. Morgen müssen wir gewinnen, das ist ja wohl klar. Wie Klosbrühe. Wir gehören diesmal zu den Keruskern. Also Leute, denkt dran. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie Windhunde. Auf. Wir singen Deutschland, heiliges Wort. Drei, vier. Deutschland, heiliges Wort. Du voll Unendlichkeit. Über die Zeiten fort. Seist du gebändedeit. Heilig sind deine Sehnen. Heilig dein Wald. Das ist schon wieder der Russe. Die Nähmaschine. Lied aus. Feuer aus. Wer ist über den Wolken? Macht jetzt sicher Fotos. Das ist auch klar. Wir sind doch nicht im Dunkeln. Na und warum kommt er dann jede Nacht? Das ist ein Störflugzeug. Die russische U-2. Einmotorisch. Tiefdecker. Feststehendes Fahrwerk. Einfaches Leitwerk. Mann, woher weißt du denn das so genau? Flugzeugerkennungsdienst. Bekommt ihr auch noch. Voll in Deckung! Entwarnung! Leute, ich glaube, das waren die ersten Bomben, die auf Ostpreußen gefallen sind. Ob der uns treffen wollte? Quatsch, sicher die Kneimmann am Wickerauer Berg. Dann sind wir jetzt auch Muß. Ich habe einen Splitter gefunden! Ich habe einen Splitter gefunden. Ich auch! Ich habe vielleicht einen! Riesel, guckt mal! Bloß noch ein paar Zentimeter zwischen uns und dem I-Bahn. Ja, auf der Karte. Was machen wir denn jetzt, Meister? Die Pferde anspannen? Die Front wird halten, Heinrich. Jetzt geht es um deutsche Erde, nicht um russische Sümpfe. Da gibt jeder das Letzte. An unserer Grenze ist kein Durchkommen für den Russen. Da bin ich mir ganz sicher. Darauf glaube ich felsenfest. Ich bin auch kein Dummkopf, Heinrich. Sieh mal, seit zwei Jahren ziehen wir uns in Russland zurück. Aber planmäßig, wir konzentrieren alle unsere Kräfte auf engen Raum. Seit vier Wochen wird England mit der V1 beschossen. Aber die ist erst der Anfang. Da kommt die V2, die V3, die V4. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Gegen unsere Wunderwaffen. Verstehst du? 14, 18. Da gab es für die Franzosen ein Wunder an der Mahne. Ich sage dir, unser Wunder passiert über Nacht. An der Weichsel, an der Memel oder bei dir zu Hause in Masuren. Das kannst du mir glauben. Das kannst du mir glauben, Heinrich. Und fang mir nicht an, Martha und den Jungen verrückt zu machen. Was war denn, als Frankreich besiegt war? Da habt ihr doch alle gejubelt. Du auch. Und findest du es anständig, jetzt in der Stunde der Not, so daherzureden? Kannst du sagen, was du willst? Bis ich, ich glaube, an ihn führe. Jetzt erst. Recht. Wir warten einfach, bis er vorbeikommt. Und wenn er den ganzen Tag in seinem Huka sitzt? Na, irgendwann muss er doch mal frisch in die Luft schaffen. Er geht oft spazieren mit seinem Schäfer. Blondi heißt der. Ich glaube, die Posten jagen uns weg. Das ist doch sparrt so. Wir kommen gar nicht bis am Zaun. Die der Jungen in Uniformen nicht. Die jagen sie nicht weg. Wir müssen die Reichstraße 135 in Richtung Lötzen fahren. Da geht es dann irgendwo vor Görlitz ab in den Görlitzer Wald. Da ist es dann. Los, weiter. Jetzt fährst du mal mit tun, meine Beine zu. Vielleicht gibt er uns die Hand. Das macht er immer so mit Kindern. Hast du unser Schießbuch eingeschickt? Na klar, bin doch nicht blöd. Da kann er sehen, dass von unserer Horde noch nie jemand eine Fahrkarte geschossen hat. Der Idiot, der muss uns doch gesehen haben. Verdammter Mist, können wir dem Fuhrer doch nicht unter die Augen treten. Eine ganz kleine Glicke. Er ist ein bisschen der Schießkarte. Der ist ein Schuss, der ein Schuss, der ein Schuss. Der ein Schuss, der ein Schuss, der ein Schuss, der ein Schuss. Die Boppel, die von dem obersten Graf von Staupenberg gelegt wurde, pressierte zwei Meter an meiner rechten Seite. Sie hat eine Reihe von mir teuren Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Eine ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. Nur ganz kleine Hausaufschirpungen, Prellungen oder Verbrennungen. Oh mein Gott, was machen wir bloß? Wie unser Patron darstellt, ist ein Denkverkleider. Weißt du, wie er auch ihm ist? Und vor allem auch mit dem deutschen Heer gar nichts zu tun. Vielleicht kann er sich verstecken. Wo? Das ist ein ganz kleiner, glügel verbrecherischer Elemente, die jetzt unverfahrenherzig ausgerottet werden. Weißt du, was Schriftliches? Briefe oder Denkschriften, Adressen, Flugblätter. Nein. Ach, immer gleich haben wir alles verbrannt. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt Ruhe bewahren. Sie müssen ja auch nicht alle Namen rauskriegen. Wenn über mich ein solches Bild oder wenn jeder ein solches Bild aufgeblickt, dich niederzumachen. Nastenburg, das alte Nest. Das alte Nest, die alten Dächer. Aus dunklen Linden dort der Turm. Wie klangen sonntags seine Glocken. Draußen. Fern. Wo der Kuckuck rief. Da war's so still. Sahne Holz. Das Schöne. Lesen wir mal den ganzen Bad. Wie ist denn mit Sodermann die Reise nach Tilsit? Kenn ich den Film auch. Aber ich lese es trotzdem noch mal. Bitte schön. Ich weiß ja sonst gar nicht, wie ich die Abende hier rumkriegen soll. Hab sogar schon Karl May gelesen und mein Weg nach Skapa Flow. Was anderes gibt's ja nicht in der Schulbücherei. Ja, da müssen wir nach dem Krieg auch was tun. Herr Steputat, ich möchte hier weg. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben, Frau Leinwenk. Die Ostfront hält. Ostpreußen bleibt deutsch. Dafür sorgen wir alle. Das ist es nicht. Sie werden es vielleicht nicht verstehen, aber ich bin ein Stadtmensch. Ich fühle mich sehr einsam hier unter den Leuten. Ja, so ist es nun mal eben im Krieg. Niemand kann sich aussuchen, wo er seine Pflicht zu erfüllen hat. Frau Leinwenk, wie macht sich denn unser Sprössling in der Schule? Gut. Nur Schönschrift macht ihm keinen Spaß. Ziehen Sie dem Junkchen ruhig die Ohren lang, wenn's nötig ist. Herr Patrick! Schießt immer noch wie hiebt, Junkchen. Na was ist, kannst du noch stehen? Mit deinen kaputten Bellen? Geht besser als ich gedacht hab. Hast Glück gehabt. Hast ein mächtiges Glück gehabt. Jemand's nimm Kaltchen. Er hat es lauthals angekündigt. 39. Im ersten September im Reichstag. Das Ergebnis des Krieges wird die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa sein. Hat bloß keiner geglaubt. Na ja. Weil man sich sowas überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Das war im Sommer 1941. Irgendwo vor Smolensk. Ich kam aus der Hauptkampflinie und wollte zum Divisionsstab. Aber links ein kleines Waldstück, aus dem knallte es wie verrückt. Aber er ist abgesperrt. Der SD. Aber ich kam trotzdem durch. Und da hab ich's mit eigenen Augen gesehen. Eine Riesengrube. Schon eine Lage nackter Leichen. Da stand Frauen, Kinder, Männer. Auch nackt. Und oben am Rand der Grube das Einsatzkommando. Die Schossen mit allem. Kistolen, Karabinern, Maschinengewehren. Wir haben dann die ganze Wahrheit erfahren. Es gab in Russland vier Einsatzkommandos. 3000 Mann stark. Die 3000 haben in zwei Jahren auf diese Art eine Million Juden umgebracht. Müsste doch längst zurück sein vom Entenschießen. Ist doch schon seit einer halben Stunde kein Büchsenlicht mehr. Mein Sohn ist verwundet. Er hat einen Splitter im Oberschenkel. Er kann nicht so schnell laufen. Was ist denn das für ein Auto? Ich glaub, ich hab Besuch bekommen. Lauf weg, Johanna. Schnell lauf weg, versteck dich. Da drüben im Wald. Weißt du, da hinten, wo früher dein Bauhaus war, ja? Ich bring dir Essen mit Decken. Schon mal was von Seppenhaft gehört? Was jetzt auch kommt. Es war richtig, was du gemacht hast. Yes. Oh, shit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meinst du, ich will auch so darlegen? Nemmersdorf. Gar nicht weit weg von hier. Es ist keine Propaganda. Ja, ihr solltet auch sehen, dass ihr wegkommt. Das Haus hier? Ihr könnt ja nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Habt ihr nicht Verwandte, wo ihr unterkommen könnt? Nein. Außerdem, Ulla, Karl ist doch hier Bürgermeister. Der kann nicht einfach weglaufen. Der Karl macht das nie. Außerdem ist die Front jetzt ganz ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich hab dir ein paar Brote eingepackt für die lange Fahrt. Ein bisschen Schmalz dazu. Danke. Und ein Glas Honig für Bärbel. Warum gerade ich, Karl, kannst du mir das erklären? Ich soll mich morgen früh in Rassenbrück melden bei der Kreisverwaltung. Möglich sind Winterstiefel und warme Sachen mit Verbandszeug und Essbesteck. Eine Wollecke soll ich auch noch mitbringen. Alle Männer zwischen 16 und 60 müssen zum Volkssturm. Führerlass hier stets. Im amtlichen Kreisblatt. Und was ist mit dir? Ich bin hier Bürgermeister. Und Heinrich und Franz, warum kommen die nicht dran? Woher soll ich das wissen? Es fehlen ja noch alle Ausführungsbestimmungen für den Erlass. Nun, der steht als Schusssewer, nun setz ich doch mal Schubkiller. Nun mal dem Kreisen Rastenburg und der reagiert am schnellsten. Ich weiß doch beim Gewehr noch nicht mal, wo vorne und hinten ist. Sei doch mal ehrlich, Karl, das ist doch alles verloren. Nichts. Nichts ist verloren. Wir haben Goldhab zurückgehobert. Großwaltersdorf, Schlossberg, Altkun, Nemmersdorf, alles im Kampf Mann gegen Mann von Haus zu Haus. Wir haben die Russen aus Ostpreußen wieder vertrieben. Liest du denn nicht den Mehrmachtsbericht? Mit Winterstiefeln und warmen Sachen. Ist ja ein reines Wunder, dass ich nicht auch noch eine eigene Kanone mitbringen muss. Und einen Kochtopf als Stahlhelm. Stepput hat, wir pfeifen doch auf dem letzten Loch. Ich habe ein bisschen Zuversichtsschub gelacht. Hier. Trink erst mal ein. Weißt du, vielleicht kommen wir mit einem ehrenhaften Frieden aus diesem ganzen Schlamassel wieder raus. Deutschland hat doch noch was zu bieten. Wir haben Faustfähne in der Hand. Czechoslovakia, Dänemark, ganz Norditalien, Norwegen, Holland. Für all das kann der Führer noch was einhandeln. Karl, das glaubst du doch selber nicht. Klammerst du nicht ans Strohhalm. Nein, nein. Deutschland ist noch lange nicht am Ende. Deutschland hat noch genug Reserven. Alletla. Alletla! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich halte diese ungewissheit nicht mehr aus joachim lebt noch da bin ich ganz sicher er ist offizier sie müssen ihn erst aus der wehrmacht ausschließen sonst können sie in dem prozess nicht machen das braucht alles seine zeit und prozessieren müssen sie vielleicht ist der krieg ja auch früher zu ende als wir alle denken der weihnachtskaufen ist angerechnet danke karlchen es wird schon gut gehen wir dürfen uns nur nicht unterkriegen lassen franz wo ist denn die noch ergattert 38 prozent zwei dauerwürste dafür ist schnippkoweit und co in insterburg gerne in den keller gestiegen danke da steht kein haus mehr nach dem luftangriff karl das hat den russen wohl keiner zugetraut die können es genauso gut wie die tomme sie läuft sie läuft oh jamaika weißt du wo jamaika ist hermann ne da scheint immer die sonne und da wachsen palmen und den näher wohnen da jamaika müsste man jetzt sein noch mal ist halt die werse mit dem schlubberchen das friedensraum heinrich der wird auch erst im frieden getrunken hoffentlich saufen die nicht vorher da los was soll denn das einig wir sind bloß 100 kilometer von der grenze und das ist jetzt die front wollte uns alle den heilig abend verdammt marta 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 hilf mich ist die ganz schlicht bald fertig das ist nämlich eine ganz prima ganz wie ist denn unser baum die ich ja hilde schön mutter mit weißen kerzen und strohsternen kein sumpf kapfen gemacht spiegel kapfen hast du den auch wieder geklaut ne oma diesmal nicht abglonski mir geschenkt er hat mir die hand auf den kopf gelegt und gesagt dein vater ist zum russland gefallen nicht wahr bist ein prima kärchen hier hast du einen fisch für heilig abend den kapfen oma haben wir meinem papa zu verdanken karl mal schnell die kommt schon da denn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur mach, sonst kommst du am ersten Schultag im neuen Jahr noch zu spät. Willst du Wurst oder Honig aufs Brot haben? Ich will gar kein Brot, ich will Haferflocken. Ich möchte. Und keine Katzenwäsche. Ich glaub, wir greifen an, Mama. Jetzt red nicht so viel, putz dir die Zähne. Ah, mit viel Zucker, Mama. Mit viel Zucker, Mama! Zieh dich an. Hier, schön angewärmt. Muss ich wirklich Ostern auf die blöde Oberschule nach Frankfurt, Mama? Ach, Hermann. Du sollst doch später mal studieren, dann kannst du doch nicht hier auf der Dorfschule bleiben. Ich geh da nur hin, wenn Peter mitkommt. Aber vielleicht schießen die Russen ja die Schule bis dahin auch einen Klumpf. Hermann. Morgen, Papa. Warst du schon draußen? Ja. Morgen, Jörgchen. Hast du schon was erfahren? Nein. Das geht doch schon seit vier Uhr früh so. Vielleicht kommt eine Sondermeldung. Ich will nicht schon wieder eine Moorrüge. Du isst sie. Moorrügen sind gesund. Asenfutter. Ich bin doch kein Kanicke. Sag mal, musst du mir das letzte Wort haben. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Die Welt. Ich verstehe. Ich verstehe, Frau Lein. Gleich weiter. Oh, danke. Oh, da habe ich schon verglückt, dass es mich fand. Sie kreisen uns ein. Kilsit, Eidkun, Lück. Und von Süden kommen sie auch. Tannenberg, Deutsch-Eilau, Marienwerder. Wenn Elbing am frischen Haft fällt, Meister, dann schnappt die Falle zu. Und wir sitzen drin. Herr Meister, jetzt steht er vor der Haustür, der Russe. Karl. Karl, wir müssen weg. Wir müssen vor allem Ruhe bewahren. Ruhe. Was soll denn das? Warum bist du nicht in der Schule? Die Schule fällt aus, Papa. Die Wänsel ist getürmt. Was? Die abrauen auf dem Lastwagen mit Verwundeten. Nur heb deinen Ranzen auf und bringen auf dein Zimmer. Auf dem Sanitätsflas fahren. Schlau, die kleine Lehrerin. Sollen wir warten, bis der Russe uns die Kehle durchschneidet oder das Haus über dem Kopf anzündet? Wir können doch gar nicht weg. Wir haben nicht mal Pferde. Es ist Dreckverbot. Herr Ninken hat erst den Bürgermeister entschlossen, weil er mit seinem Dorf losgedreckt ist. Außerdem, auf dem Dreck ist es auch nicht sicherer als hier im Dorf. Oh Karl, was machen wir bloß? Alle nur leicht lädiert. Leider. Es reicht nicht für einen anständigen Heimatschluss. Wo kommt denn ihr her? Auf dem Masurischen Kanal. Da geht's ganz schön rund. Trinken Sie doch einen Schluck, Fräulein. Das wärmt. Genießt den Krieg. Der Friede wird schrecklich. Und wie weit fahrt ihr? Du bist Dreckfurt. Zum Hauptverbandsplatz. Da fliegen die uns ganz schnell wieder zusammen. Sie wollen sicher heim ins Reich. Nach Hause, nach Danzig. Du Mädchen. Hast du noch ne schöne Reise vor dir? Wieso? Die Züge fahren doch noch. Auch die Kleinbahn von Drenkfurt. Danzig, schöne Stadt. Da ist wenigstens Wasser. Da kannst du noch weg. Der Sack ist nämlich gleich zu. Welcher Sack? Seiner nicht. Der ist noch lange nicht zu. Ostpreußenmädchen ist nämlich bald wieder eine Insel wie früher. Aber du kriegst sicher ein Schiff von Danzig nach Lübeck oder Travemünde. Da wird doch jeder Kapitän schwach, so wie du aussiehst. Es geht alles vorüber, es geht alles zurück. Erst waren wir in Scharkow, jetzt sind wir in Lücken. BDM? Arbeitsmarkt. Alles in Uniform. Naja. Ein Volk, ein Scheiß, ein Führer. Naja. BDM. ... Ich hatte keinen Jesse, Idid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020